Da ist wieder... Nur ist es doch so... ...dass wir da unten durchgegangen sind. Wo ist denn bitte? Hä? Oder ist es doch ein anderer Raum? Ist glaube ich doch ein anderer Raum, oder? Mir kommt das hier so bekannt vor, aber irgendwie auch nicht. Okay, alles klar. Ich glaube es ist doch ein anderer Raum. Weil da war doch dieser Kran, wo wir den Boden mit aufgerissen haben. Gucken ob hier irgendwas ist. Da vorne ist auf jeden Fall das Blut. Jetzt ist hier nichts, wa? Da schickt nochmal so ein Ding gerade los. Ne, war nichts, okay. Was ist das hier eigentlich für eine Ecke? Hm. Okay, was auch immer das für ein Vieh ist. Es ist sehr stark. Oh Gott, das will... Ich will da gar nicht hin. Ach du Scheiße. Juhu. Ich bin's. Der Observer. Voll mutig und so. Alter. Okay, also... Ja, genau. Schon klar. Mhm. Du großer Gott. Äh... Äh... Was? Ach so... Äh... Ich sehe hier kaum was. Das ist voll das komische Licht. Oh oh... Äh... 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 Was? Ach so! Oh, scheiße, Freunde, ich will hier nicht hin. Hallo, ist jemand zu Hause? Wer lebt denn hier auch vor allem? Was ist das hier für ein Ort? Hier will doch keiner leben. Alter Schwede. Okay, das ist sowieso jetzt wieder nicht real, glaube ich, hier das, oder? Das ist doch das... Ist das eine Hand? Das ist eine Hand, okay. Alter, was ist das hier? Oh, ich hatte es geahnt. Report DR-3AT-Aktivität within the last 15 minutes. No activity, detective. I don't get it. I'm not even plugged in. Am I fucking losing it? Ich vermute mal, dass wir infiziert sind und dass wir aufgrund dessen diese Scheiße hier die ganze Zeit erleben. Das sind bestimmt die Nanophages. Deswegen haben wir hier so einen komischen... Und da ist wieder die Spur. Deswegen haben wir hier so einen komischen Flashback oder was auch immer das hier sein soll. Kann ich denn... Doch, ich kann. Okay. Das war bis jetzt immer der Garant dafür, dass wir nicht träumen. Dass ich halt, wie gesagt, einmal das Interface benutzen konnte und einmal nicht. Alter, überall dieses Zeug. Das ist nicht real. Das ist definitiv nicht real. Oh Gott. Oh, das ist immer schlecht, wenn man an zwei Orte kann. Oh. Katharina Czeska oder so. Ich kann es nicht genau lesen. Weiblich. Okay, haben wir auf jeden Fall eingesammelt. Ich denke mal, dass man dafür ein Achievement bekommt, wenn man die alle sammelt. Warum? Warte mal. Ah. Ist doch gleich viel besser. Und dieses komische, gruselige Brummen. Einfach nur den Regen lauschen. Ja, das wäre schön. Keiner zu Hause. Wir haben immer noch diese Fischaugensicht, ne? Ist immer noch so leicht. Oh, na reizend. Äh, wir versuchen es mal hiermit. Oh. Zwei Zahlen fehlen. Haben wir irgendwelche Zahlen genannt bekommen? Ich glaube nicht. Ja, das ist ja auch ein sympathisch dreinblickender Mensch. So, wir brauchen... Äh. Warum sind wir jetzt hier? Was... 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 Was ist denn hier los? Warum sind wir jetzt auf einmal hier? Ich war doch gerade nach oben. Oh, Gottes Willen. Oh, coole Stadt. Kommen wir doch noch in die Stadt? Das wäre ja geil. Das würde ich feiern. Aber ich glaube, wir werden hier in der Ecke bleiben. Ach, du Scheiße. Ist irgendwas mit der... Warte mal kurz. Ich weiß nicht. Sollten wir schon nehmen? Ich... Ich nehme mal, oder? So, wie sieht es denn jetzt aus? Ja, schon wesentlich besser. Schon wesentlich besser. Wollte auch sagen. So, haben wir jetzt immer noch diese komische Sicht? Ja, die haben wir noch. Auf jeden Fall. Okay, wir müssen... Äh... Irgendwo den Key finden. Wir müssen auf jeden Fall den Key irgendwo aufspüren. Ah. Zwei Herren von OPS, oder was? Ich habe keine Ahnung. Und hier... Nehmen die den Gewahrsam. Keine Ahnung, was da abgeht. Aber wir sind mit irgendwem verbunden. Wahrscheinlich. Und wenn wir nicht physisch mit jemandem verbunden sind, dann wahrscheinlich ist irgendjemand in unserem Geist, oder so. Arcadia. Scheiße, Leute. Ich weiß nicht, was richtig hier ist, leider. Ich weiß nicht, ob wir oben lang sollen oder unten. Können wir überhaupt nach oben? Ah, wir können hier gar nicht hin. Okay. Ach, die Musik ist gerade schön. Ich möchte hier eigentlich erst mal ein bisschen bleiben. Aber ich befürchte... Wir haben außerdem darüber hinaus länger keine Spur mehr gesehen. Ich glaube, wir sind gar nicht mehr auf der Spur des Täters. Ähm... Was? Ja, okay. Mich wundert hier irgendwie gar nichts mehr. Also wirklich... Oh, hallo. Das ist ja mal stark hier. Ich befürchte nur leider... Ja, es ist wieder nicht real. Oh, Mann. Ja, die Xbox-Controller zeichnen hier auf dem Boden sind ja auch Wahnsinn. Und da auch. Das sehe ich ja jetzt erst. Was ist das? Ähm... Ähm... Ja. Okay. Was zur Hölle? Natürlich. Wir rennen hier den ganzen Weg, um einen einzigen Knopf zu drücken, der wahrscheinlich dann keine Ahnung was auslöst. Was ist das hier? So, jetzt geht der Film ab. Jetzt wird's lustig. Danke. 69. Na klar. Natürlich. Was auch sonst. Warum kriegen wir jetzt hier die 69 angezeigt? Die offensichtlich der Key ist für das Pad. Was zur Hölle geht hier vor? Also ich hatte selten ein Spiel mit so viel WTF-Momenten wie hier. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist bis jetzt das erste Spiel, was ich spiele, was so viele WTF-Momente hat. Das ist einfach unfassbar. Hat sich hier noch irgendwas verändert? Man weiß ja nie. Ausgesehen davon, dass die Leute nicht mehr da sind. Da ist Blut auf dem Boden. Aber wir können das nicht untersuchen. Ich hatte selten so viele WTF-Momente in dem Spiel echt jetzt. Ich würde gerne einfach da rausgehen, mir da vorne rechts ist offensichtlich ein Burgerladen, einfach einen Burger bestellen, ein Bierchen trinken und Feierabend machen. Ganz ehrlich. Natürlich ist der Key richtig. Warum soll er auch nicht richtig sein? Da ist wieder die Spur. Alles klar. Hat er uns kurz in die Irre führen wollen und was? Ich will nur ganz kurz was gucken, ja? Bin sofort wieder da? Ja, klar. War ja klar. Zurück ist nicht. Oha, 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 oha. Let's gucken. Okay. Ich sehe gerade keine Spur mehr. Ich weiß gar nicht, ob wir hier richtig sind. Da vorne, okay. Springen kann ich ja nicht, sonst würde ich da einfach mal versuchen hinzukommen. Also irgendwer führt hier ganz schöne Umbaumaßnahmen durch und einfach mal hier so mitten im Schutt, weißt du, so ein kleiner Rechner mit sauberer Tastatur und einer kleinen Lampe. Wie passt das denn bitte zusammen? Und was ist das hier? Das habe ich noch nie irgendwo gesehen bisher. War da gerade was? Ich weiß nicht, ob da was war. Hier hat jemand gegessen. Und warum ist das hier überall so scheiße dunkel? Das war doch am Anfang nicht so. Das ist echt mega beschissen dunkel gerade. Das mag mir nicht gefallen. Da kommen wir nicht rein. Oh, scheiße. Oh nein. Okay. Ja, wir werden sowieso gehört. Egal, was wir machen. Komm, einfach durch. Das bringt ja eh nix. Ich kann nicht außen rumgehen. Okay. Aha. Ja. Moin. Hast mich eh schon gehört, ne? Hey, PD. Ich muss dir ein paar Fragen stellen. Schuh. Hör deinen Gehirn auf. Er wird dich hören. Er wird dich hören. Ähm, wer? Warte. Ja. Wer wird das? Der, der von vielen Formen. Wir sprechen nicht seinen Namen. Er wird dich hören. Er ist hier draußen? Unterhalb. Er lebt unterhalb. Er kommt nur raus und schützt. Wie findest du ihn? Du hast nicht. Er findet dich. Er hat immer seinen Gehirn. Was bist du? Nein. Ich habe schon gesagt, zu viel. Helfen Sie mir, helfe ich Ihnen. Ach, du bist es wieder. Ja, toll. Ich kann hier nicht weglaufen. Ist ja reizend. Toll. Spitze. Was? Ich konnte doch da gar nicht wegrennen. Okay, äh, wie hätte ich da... Ah, ah, okay. Entschuldigung, ich habe das nicht gesehen. Ich dachte... Was? Was? Ach, du heilige Schade. Was ist das hier? Warum sind wir jetzt hier in einem Wald? Und wo ist das Tier hin, was da gerade noch war? Okay, ganz ruhig. Also, wir haben... Da ist es etwas dunkler. Da ist es noch dunkler. Da geht es so. Und hier ist es am hellsten. Ich gehe mal dahin, wo es am hellsten ist. Ich glaube, das wäre das Logikste, oder? Also, man sollte doch immer dahin gehen, wo es am hellsten ist. Weil da wahrscheinlich das Zentrum ist, was auch immer das Zentrum sein soll. Oh, ein Fahrrad. Können wir das nehmen? Boah, wie das immer kurz mal so bzzt macht, ne? Okay, das Fahrrad nehme ich jetzt einfach mal als Orientierung. Da ist noch ein Fahrrad. Toll. Hat ja gut geklappt. Schön. So, heißt das Fahrrad, wir gehen richtig, oder wie? Da ist es wieder. Na toll. Können wir eigentlich rennen? Moment. Ah, ah, ah. Wollen wir bitte wieder aufstehen? Hallo, ich möchte wieder aufstehen. Ah, okay. Wir können nicht rennen. Toll. Also, wenn hier jetzt jemand kommt, und Wald ist ja, ne, für Jäger immer so ganz toll. Dann, äh, haben wir ein Problem. Okay, das Fahrrad kommt immer wieder. Ich weiß nicht, ob das heißt, dass wir falsch gehen. Das könnte aber sein. Ja, das erscheint immer wieder. Okay, ähm. Ich gehe mal in diese Richtung. Weil normalerweise, der Verstand sagt einem, geh dahin, wo es hell ist. Aber ich befürchte, dass das Fahrrad so ein Indikator ist, von wegen, so, ne, da gehst du mal lieber nicht lang. Ich kann mich auch nicht an Geräuschen orientieren. Die sind alle verwirrend. Okay, was, was geht hier ab? Ich glaube, das ist auch der falsche Weg, oder? Das passiert ja nichts. Das sieht ja alles gleich aus. Okay, dann gehen wir, ja, hier lang. Gibt ja noch vier Möglichkeiten. Geräusche haben sich gerade verändert. Ich sollte vielleicht doch die Hand an der Maus lassen. Entschuldigung. Oh Gott, es wird immer dunkler. Oder kommt mir das nur so vor? Ging wir jetzt richtig? Ich habe keine Ahnung. Okay, dann hier lang. Ich... Waren das gerade unsere Schritte? Warum ist das nicht so ein Slenderman-Scheiß, ne? Vielleicht übersehe ich hier auch irgendwas. Warte mal eben. Hm. Ich habe fast die Vermutung, wir müssen hier mit dem Filter irgendwie arbeiten. Wir kommen hier sonst nie raus. Ich weiß nur nicht mit welchem. Wir haben ja drei Stück zur Auswahl. Ja, toll. Okay, warte. Ich nehme erst mal die Nachtsicht. Irgendwie kommt mir das vor, wenn wir Nachtsicht haben. Wir haben immer... Das kommt mir so schnell vor. Okay, die Ansicht bringt glaube ich nichts. Ich habe jetzt noch nichts gesehen. Nehmen wir mal die... Ach! Ach, hör doch auf! Ach, hör doch auf! Warte mal, geht das hier mit auf? Warte mal, geht das hier mit auf? Okay, was? Moment. Ah ja, man bleibt vor der Wand stehen. Okay. Ach, du liebes bisschen. Das ist ja mega gemacht. Ich glaube, deswegen kam das Fahrrad auch immer wieder, weil... Das hier irgendwo steht und man dann einfach wieder zurückgesetzt wird wahrscheinlich. Um Gottes Willen. Oh, Gott! Amen.